Der Held hat es geschafft, dann ist er bekämpft. Gehen wir mal nach unten auf Stufe 14. Hier ist ein Feuerkopf und was ist das da für einer? Ein Hune, ist das ein Hühne dann auf Deutsch oder so? Kann man jetzt gerade nicht gucken. Da kommen schon die nächsten Helden und stürzen sich ins Gefecht oder wie sehe ich das? Wie viele Helden haben wir denn? Sechse, ne? Okay, da geht jetzt hier die Party ab. Ja, also hier sind dann schon doch Gegner, die wohl anspruchsvoller sind, ne? Und hier haben wir jetzt aufgeräumt. Krass, da gibt's auch ein schickes Hemd schon. Okay, ne, Werte sind jetzt nie so tolle. Gucken wir mal, wie es da weitergeht. Ein Schweinchen gemacht, alles klar. Sneaker Blade. Und jetzt wird's ernst hier. Er haut schon ab von der zweite. Kommt wahrscheinlich nicht mehr raus, weil das zu stark ist. Okay. Ja, schlägt sich aber wacker. Oh, der ist leicht wundert, jetzt wundert. Da kommt schon der Nächste. Und? Okay, der eine ist raus, jetzt kommt der Nächste und macht weiter. Und der hat... Was hat er jetzt? Wo ist er jetzt? Der ist doch nicht tot, oder? Okay. Ist er hier verwandelt worden? Ah. Ne, das ist ein Held. Wow. Ein Bär als Held, oder was? Okay. Hm. Sehr interessant. Okay, er hat jetzt hier welche Gegner gefunden. Dem geht's aber gut, ne? Wie man sieht. Der kämpft sich da auch gerade locker vor. Und jetzt nochmal hier rein, okay. Wer war das jetzt hier? Nochmal ein Feuer hat, oder? Ja, der ist krass, der Zombie, oder weiß ich was das ist, ne? Das ist ein... Was hat er da jetzt mit Zombie da? Zombie Brustplatte, okay. Ja, hier oben wird jetzt auch schon wieder einer. Jetzt wird hier aufgeräumt, ne? Er geht da wieder ein Stück weiter. Und er geht hier lang. Okay. Er geht zurück jetzt, weil er... Ah ne, er kommt hier runter sogar noch. Läuft da einfach mal ein paar Meter vor. Der muss wohl nix essen, oder wat? Jetzt hau da ab. Okay, geht er hoch? Ich glaube schon, ne? Ja, geht er hoch. Okay, so ein paar Rüstungsklamotten sind hier zu finden. Hier war auch noch wat. Hier ist aber auch einer gestorben. Naja. Gehen wir mal nach oben und schauen, dass wir hier oben noch weiter fertig werden. Das ist ja hier auch noch zu machen, ne? Destroy. Destroy. Aber wir machen mal gerade erst das, dass wir da was aussuchen. Mauer, Holz, Klotz. Oder haben wir das schon mal? Das haben wir auch. Ah, guck mal hier ist... Fehlt... Ne, da ist er. Fehlt also nicht. Wir haben einen... Ich sag schon, na... Wir haben einen... einen Aufstiegspunkt, nennen wir es so. Okay, der wird schon gebracht. Das ist cool. Das haben wir auch ausgewählt. Läuft. Okay, da geht nix. Dafür geht... Das. Und... Da geht nix. Gut, da müssen wir mal gerade hier... Destroy machen. Und da auch Destroy. Und wir machen mal... Hier noch 3 hin. Und da auch. Der wird da hingebracht. Das ist super. Okay. Mach die 3 da mal hin. Das wird gebaut. Mach die auch da hin. Läuft hier soweit. Ja, hier können wir auch wieder was zerstören. Ja, hier können wir auch wieder was zerstören. Ich glaube, das ist nicht mehr vonnöten, dass die da sitzen. Vielleicht der vorderste noch. So, das auswählen. Ich glaube, der geht auch so dahin, oder? Ja. Ja. Machen wir erstmal so. Und da können wir da nicht hin. Wahrscheinlich vergessen haben wir die Shift-Taste zu drücken, ne? Da haben wir schon was. Da machen wir noch 2 hin. Das hat geklappt. Super. Okay, da ist schon wieder einer kaputt. Okay. Der geht da hoch, bringt den da hin. Auch super. Okay. Machen wir mal so. Der da geht nicht. Da kommen wir nicht hin. Alles klar. Okay. Das hat geklappt. Scarfold wird nicht gebaut, deswegen können wir da jetzt auch keinen sitzen, ne? Bauen wir mal da einer den schnell hin. Da kommt er. Und jetzt hat sich ein bisschen was geändert. Da oben können wir nämlich die 2 da auch noch bauen. Läuft also gerade. Da kommt auch noch einer, der da hinsitzt. Okay. Wurde da hingebaut. Wird da auch hingebaut. Wird da auch hingebaut. Super. Dann machen wir hier nochmal was hin. Hoffen, dass das passend ist mit hier oben. Oh, bis auf den einen klappt das eigentlich und den da. Okay. Bringt wieder einer was, der das hier hinbringt. Wo wird gebaut? Aha. Dann kann er den nicht sitzen. Der läuft jetzt woanders hin und macht das woanders her. Geht also doch noch. Haben wir von unten über irgendwelche Scarfolds. Das passt auch. Hier ist alles gut. Nein. So. Dass wir das hier irgendwo herangebaut kriegen alles. Okay. Dann fehlt es da auch wieder. Den können wir mal anloggen glaube. Und den können wir definitiv auch anloggen. Und den da auch noch. Ich glaube jeder zweite reicht sowieso. Oder? Kommen wir mal so. So. Oh, da ist mal ein Loch. Da geht was nicht. So. Die haben wir ausgewählt. Okay. Da kommt einer. Der konnte auch gesetzt werden. Das ist schon mal gut. So. Da unten hat was geklappt. Dann müssen wir... Ah. Geht doch nicht. Wieso kann man den da nicht hinbauen? Hm. So. Jetzt nochmal. Ne. Der ist nicht der richtige. Okay. Noch passt es nicht immer jetzt. Ne. Der wird woanders hingebracht da vorne. Ne. Ich glaube jetzt können alle auf jeden Fall gebaut werden und das runter fallen. Gucken wir mal. Der da kann ich aber nicht bauen. Ja. 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 Wo muss der eine hin? Achso. Da ist noch nicht der gesetzt. Der kommt da jetzt aber gerade. da. Und jetzt. Jetzt mal sieht man doch ausgewählt glaube ich. Wollen wir hoffen dass das klappt. Zack. So. Hier vorne kann man auch einen hinsetzen. Shift-Taste eben nicht gedrückt. Nein. Das war verkehrt. Ja. Weiß ich was ich gerade gedrückt habe. Aber bestimmt nicht die richtige Taste. So läuft hier. Ja. Hier müsste man mal gucken dass man da jetzt mal was hinkriegt. Da wird auch was. Gucken wir mal einmal ins Erdgeschoss beziehungsweise den Keller. Wie es da läuft. Achso. So tief brauchen wir nicht. 15, 14. Okay. Hier ist einiges freigeschaufelt. Aha. Da haben die ja gut schon entdeckt. Da geht noch einen Gang lang. Und hier auch noch. Da ist auch noch was. Und da auch noch. Okay. Aber es wird leer geräumt. Wir haben tatsächlich sogar einen Helden mehr bekommen schon. Das ist cool. Läuft also. Hier geht es auch schön weiter. Das Spiel ist in Pause. Weil es einen Angriff gibt. Na ja. Keine Ahnung wo. Da kannst du laufen lassen. Da passiert nichts. Und gucken dass wir hier weiter kommen. Sieht gut aus dass überall was hingeht jetzt. Hier ist es schon fast zu. Das bedeutet noch die beiden müssen noch gesetzt werden. Dann können wir hier diese beiden gleich machen. Kommen wieder zwei Steine. Super. Läuft. Einer fehlt noch. Obwohl den Ecken. Den hier an der Ecke können wir schon sitzen. So diagonal darüber. Komm zack. Die da auch hin. Sieht gut aus denke ich. Jo. Ich muss erst diesen setzen. Wenn der gesetzt ist kann ich das andere auch machen. Komm wieder ein Stein aber der war woanders. Hier sind zwei riskante. Die runter fallen könnten. Hier ist auch einer. Da. Der kommt hier hin. Jo. Okay. Den konnte er nicht setzen weil da oben was war. Gucken dass es jetzt klappt. Gut. Ich spiele jetzt wieder in Pause. Ein weiterer Angriff der von hier kommt aber auch nichts wildes. Können wir laufen lassen im Endeffekt. Und gucken wieder hier rein. Dann kommt der neue Stein der dann da hinkommt. Dann war es das da. Gut. Können wir den dann mal hin dass da nur zwei gemarkert sind. Nicht wirklich ne. Doch da. Gut. Das wird gebaut. Das wird gebaut. Dann bleibt der da auch nicht mehr hängen. Ist nur der da hängen geblieben. Hier wäre schön wenn der da jetzt noch kommen würde. Ah da ist jetzt der zweite der dann nicht geklappt hat oder? Gut. Zack. Gucken ob der jetzt genommen werden kann. Ja. Gerade wieder nicht die shift taste irgendwann gedrückt. Gucken wie es weiter läuft. Zwei liegen daneben. Okay der eine ist schon weggenommen. So jetzt geht es aber. Okay. Der eine ist weg. Hier ist noch einer. Den könnt ihr auch mal wegnehmen. Gut. Ja da ist jetzt nichts mehr zu machen gerade. Können wir hier so machen. Ja das macht jetzt hier einen guten Eindruck ne. Das geht. Das geht. Das geht auch. Bitte einmal zubauen. Der ist da noch nicht weggenommen. Kriegt man den nicht weg. Oder wie ist das? Ähm. Wir sind wieder in der Pause. Wir haben wieder einen Angriff. Aber auch nichts wildes. Aber. Ich würde mal sagen. Da machen wir jetzt erst eine Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.